Noch offline! Herrschaft! Ich liebe diese AK, Mann. Wir werden siegreich sein. Kommt einer direkt mit auf B? Ja, ich komm mit. Wenn ich hier einer blocken würde. Der Feind hat Schaden. A ist abgesichert. Guck nach rechts. Da ist zigzag oben, schon was gestunt. B ist abgesichert. Die Artillerie ist hin. Nein, ganz links außen. Boah, was war das denn? Langer neben dir. Ja, ich bin gestunt. Wir voll gut. Wir haben A, lass C einnehmen. Verbündete Drohnen näher sich. Einer ist ja vor 10 noch gewesen. Den hab ich. Hier auch 10 Punkte, hallo. Verbündete Drohnen näher sich. Fickt euch! Aber im letzten Moment, ne? Einer kommt dickzack. Die holen B. Moment, Alter. Die holen nicht auf meiner Waffe. Kommt bei B rein. Kommt bei B rein, schnell. Ach, die haben B. Ja, ist aber Selfie, das ist unser. Mann, Alter. Ah. 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 Jo. Nei, das ist so. Regulat, Energielevel bei 50%. Halbzeit, Treibstoffkontrolle abgeschlossen. Interne Waffensysteme. Hellstorm unterwegs. Natürlich! Wie schnell ich dir den auf mich drauf? Ey, diese Piste, du Wichser, Alter. Wer hat damit angefangen, mit der Huern und Sohn? Heißjanger. Mann, du. Vordere Kontra Drohne an. Er kommt wieder links außen, LAP. Einer ist LAP. Habt ihr LAP durch? Ja, ja, LAP ist down. Pass die linke Seite auf. Egal wie lange ich das hab. Serboros unterwegs. Nein. Mal die Frage, wie das ein Hälter gegeben hat. Ja, die sind alle linke Seite. Einer ist Mitte durch. Fest down. Mitte einer B. Hab ich. Zurück zur Basis. Ist wieder down. Ey, ich hab genau auf den geschossen. Pass auf. Der ist LAP durch. Geht Richtung Bidam raus. Hab den. Weil er kein AIM hatte. Eine freundliche Drohne nähert sich. Echt schön. Oh, einer ist Left Side. Zwei Left Side. Oh, jetzt kommt auch noch Pumpe. Lol. Linke Seite. Oh, noch einer, glaub ich. Alles weggesprengt. Den. Linke Seite zwei. Boah. Weck geblitzt hat er mich. Wir verlieren Bravo. Bravo Jungs. Der nimmt B ein. Seite. Da ist so ein Autowagen wieder, ne? Ja, ja. Da können wir bei uns. Da läuft sich zu. Zu weit in den Sporn wieder rein, ne? Ich mach doch gar nichts. Ich mach doch gar nichts. Verbündete Drohne nähert sich. Also eh an der linken Seite. Oh, zwei Left Side. Einen hab ich. Ja, noch einer der linken Seite. Voll reingerannt. Da oben Top bei den. Ah. Der ist da ungläubig, oder? Ah, den hab ich selber denn nicht geholt noch. Überwachung ausgescheitert. Der muss nie mehr. Wieder. Voll über left Side. Kann nur noch. Oh fuck. Nein. Oh, jetzt sieht er mal eine neue Talon. Let's go. Der ist da, der ist da. Der ist da, der ist da. 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 Das ist doch das Beste, Alter. Die ganze Anpfannung wäre irgendwie weg gewesen, Alter. Bei GB wird man es noch verstehen, aber so ein Publikum. Das hat sich bei den Freunden gesagt. Einer war vor B, oder? Ja, den hab ich. B ist safe. Feindliche Vorräte sind bei uns. Neutralisieren. So, und C. Ah, rechte Seite, Frechstück. Ah, rechter. Danke für die Arbeit. Hater eingesetzt. Hater. Ja, da fehlt er. Der ist runtergefahren. Einer ist Faceport. Verbündete Vorräte nähern sich. Faceport down. Rechte Seite, zwei Stück. Nein, ab den einen. Halt. Ab den. Der Gold ist der. Anfänger. Die Drohne nähert sich. Ah, fuck. Nein, left. Da ist keine anderen. Und dann. Oh, mit der Pumpe, mit der Pumpe kommt er durch. Linke Seite. Mit C. Habt ihr den? Habt ihr den? Na ja, left Zeit hab ich gehabt. Halt. Der Brot. 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 Aber das Stream ist immer so was aufweg. Ah, fuck. Dann weiß ich nicht was denen da springt. Ewig dieser Spawnflip jedes Mal. drohne nähert sich ja da hat mich links feindliche drohne gesichtet er wartet direkt auf mich und was ist da los da eben der feind hat alpha linke seite übelst viele und überall ja gar nicht gerade mehr so freundin labert und mehr so labert und alles labert ich will wieder einst von hallo naja komplett aus wo er kämpft einfach vor noch einer drin lab ist lab frei der blitzschlag steht bevor hat er fünf leute wieder geholt die sind bei uns bei 10 einer zigzag oben nach zehn punkte alles cool der feind hat c verbündete drohne nähert sich jetzt ist er hier oben oh what the wir verlieren alpha jetzt riecht dich hier oben cool start hallo hier fährt doch eine coole runde gerade was für ein visier acog oder nicht acog 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 ein weiterer sieg zurück zur basis alle siegbedingungen erfüllt acog ja wir können dich jetzt auch wieder einladen fotze sehr geil ok zurück fotze freu jetzt gemein bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal